Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von MakeFinance. Heute stelle ich dir eine Dividendenaktie vor, welche mit seinen 10.000 LKWs die Logistik in Nordamerika übernimmt. Das Unternehmen kommt aus den USA, es bezahlt seit 6 Jahren eine Dividende, wir gucken uns gemeinsam die fairen Werte an und ich gebe dir mein Fazit zur Aktie. Und nun viel Spaß dir beim Video. Das Unternehmen wurde im Jahr 1934 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Thomasville in North Carolina in den USA. Zu Beginn bestand Old Dominion Freightline als kleines Familienunternehmen lediglich aus einem LKW und einer Route in Virginia. Heute ist man eines der größten Speditionsunternehmen in Amerika. Und Bonchance aus der MakeFinance Community hat sich diese Analyse zu Old Dominion gewünscht. Wenn du für dich auch das meiste rausholen willst, dann tritt doch kostenlos meinem Channel bei. Vielen Dank dafür. Das Portfolio der Dienstleistungen von Old Dominion Freightline umfasst LTL-Speditionen. Das ist der Transport von Fracht, die weniger als einen vollen LKW umfasst. Sowie schneller Transport von eiligen Lieferungen, Logistiklösungen, von der Lagerhaltung, Auftragsabwicklung und Supply Chain Management, sowie Global Services mit dem Versand von internationalen Speditions- und Transportdiensten. Zu den Kunden gehören eine Vielzahl unterschiedlicher Branchen. Darunter der Einzelhandel, Fertigung, Gesundheitswesen und die Automobilindustrie. Old Dominion besitzt über 10.000 Zugmaschinen und mehr als 40.000 Anhänger. Der CEO ist Kevin Marty Freeman seit 2023. Er ist bereits seit 1992 im Unternehmen aktiv. Und bei Old Dominion arbeiten 22.902 Mitarbeiter. Das Geschäft lässt sich in zwei Sparten aufteilen. Den größten Anteil macht der Less-Than Truckload Services mit 99% aus. Und sonstige Services machen noch 1% aus. Wo werden die Umsätze erzielt? Hier ist man zu 100% im Heimatmarkt in den USA aktiv. Wie sieht die aktuelle Gewinn- und Umsatzentwicklung bei dem Unternehmen aus? Gucken wir uns zuerst die Gewinne in Orange an. Diese sind langfristig betrachtet am Steigen. Seit 2022 aber nahezu konstant. Der Free Cashflow in Ocker ist ebenfalls am Steigen und erreichte zuletzt ein neues Mehrjahreshoch. Eine Dividende wird bezahlt. Das siehst du an den blauen Dividendenbalken. Und diese kann aus dem Free Cashflow derzeit problemlos bedient werden. Gucken wir uns die Umsätze an. Diese sind langfristig betrachtet am Wachsen. Und die grün gestrichelte Nettomarge ist zuletzt wieder angestiegen und liegt derzeit bei 21,2%, was ein sehr ordentliches Ergebnis ist. Gucken wir uns die Verschuldungssituation und die Aktienrückkäufe an. Beim Blick auf die verzinste Schuldenquote, das ist die rote Linie, fällt auf, dass diese sehr gering ist und lediglich bei 1,4% liegt. Und die gesamte Schuldenquote, das ist die rosa Linie, die hat sich zuletzt ebenfalls weiter verbessert und liegt bei 22,1%. Old Dominion besitzt keinen Goodwill. Auch das ist sehr gut. Beim Blick auf die Aktienrückkäufe, das ist die schwarze Linie, fällt auf, dass die letzten Jahre eigene Aktien ordentlich zurückgekauft worden sind. Auch das gefällt mir sehr gut. Ist die Aktie derzeit fair bewertet? Gucken wir uns das Jahreschart an. Hier fällt auf, dass die letzten Quartalszahlen etwas enttäuschten und seitdem ist die Aktie im Rückwärtsgang. Investoren, die seit einem Jahr investiert sind, können sich dennoch über eine Kursperformance von 12,6% freuen. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 34,9 Milliarden Euro. Das Kursgewinnverhältnis liegt aktuell mit 29,9 über dem 10-Jahress-Schnitt von 25,2. Das Kursumsatzverhältnis liegt aktuell mit 6,3 über dem 10-Jahress-Wert von 4,0. Das jährliche Gewinnwachstum auf 10 Jahre beträgt 20,2% und das jährliche Umsatzwachstum auf 10 Jahre kommt auf 8,4%. Die Dividendenrendite beträgt derzeit 0,5%, wurde seit 6 Jahren nicht gesenkt und das bei einem Payout auf den Free Cashflow von 20,1%. Gezahlt wird die Dividende viermal im Jahr, Old Dominion kommt aus den USA und ist in der Branche der Industrie und hier im Bereich Bodentransport tätig. Der Traderfox Qualitätsscore erreicht 14 Punkte, der Dividendenscore kommt auf 12 Punkte, der Wachstumsscore erreicht 7 Punkte und im Robustheitscheck schneidet die Aktie mit 8 Punkten ab. Schauen wir uns die Aktienbewertung im Aktienfinder an, die Stabilitätszahlen auf der Dividende liegt diese bei 0,96, ebenfalls beim Umsatz und beim Gewinn erreicht es 0,9. Der Maximalwert liegt bei 1,0. Die Bewertung nach dem Fair Value der Dividende in blau liegt bei 214 US-Dollar und 18 Cent, der Fair Value bereinigt in orange bei 143 US-Dollar und 89 Cent und der Fair Value des Umsatzes liegt lediglich bei 79 US-Dollar und 25 Cent. Und in schwarz siehst du den Kursverlauf über die letzten Jahre. Aufgrund der Stabilitätszahlen eignen sich alle fairen Werte zur Bewertung der Aktie. Die Old Dominion Freightline Aktie ist gemäß des Aktienfinder.net derzeit eher überbewertet. Schauen wir uns den Dividendenturbo an. Aktuell beträgt die Dividendenrendite 0,5% und der 10-Jahres-Durchschnittswert liegt bei 0,4%. Bei dieser Aktie gab es in den letzten 5 Jahren nur selten eine so hohe Einstiegs-Dividendenrendite. Besonders in Phasen deutlich über den Mittelwert ist ein Kauf der Aktie lohnenswert. Kommen wir noch zu einer privaten Ankündigung von mir. Ich mache nämlich die nächsten 2 Wochen Börsenpause und mache Urlaub in Dänemark. Das bedeutet für mich, dass ich mehr Zeit mit der Familie verbringen möchte und die Börse einfach mal Börse sein lassen möchte. Ich bin frühestens ab dem 19.06. wieder mit den gewohnten Videos für dich da. Ich wünsche dir gute Investments und eine schöne Zeit. Nun kommen wir zu meinem Fazit zur Old Dominion Freightline Aktie. Old Dominion ist eines der größten Transportunternehmen per LKW in den USA. Man ist besonders auf dem Gebiet des Less-than-Truck-Load-Services spezialisiert. Die Verschuldungssituation ist bei dem Unternehmen zum jetzigen Zeitpunkt unbedenklich. Die Dividendeneinstiegsrendite ist mit 0,5% jährlich als Add-on okay, wird aber keine Dividendenanleger locken können. Die größten Risiken. Spannend wird es sein, wie der Umstieg auf die Elektromobilität sich auf die Flotte von Old Dominion auswirkt und ob das Geschäft weiterhin so erfolgreich verlaufen wird. Ich war sehr positiv von der Aktie von Old Dominion Freightline überrascht. Allerdings ist mir derzeit die Aktie viel zu teuer, sodass hier ein Einstieg meinerseits noch auf sich warten lassen wird. Die Aktie wandert aber auf die Watchlist. Die Aktie ist gemäß des Aktienfindernet derzeit eher überbewertet. Schreib mir deine Meinung gerne in die Kommentare. Ich würde mich freuen, wenn du meinen Channel kostenlos abonnierst, das Video bewertest und es mit deinen Freunden teilst. Vielen Dank dafür, gute Investments und bis zum nächsten Mal. Ciao.